Okay, sexy Gedanken. Glutenfreie Waffeln! Habe ich das gerade laut gesagt? Was? Sorry, warte, Sekunde. Hatte ich im Laden vergessen, ist es mir den ganzen Tag nicht eingefallen. Jetzt bin ich bereit. Das glaube ich einfach nicht. Gib's einfach zu, du stehst nicht auf Sex. Es ist, als wärst du pornophob. Versuch, etwas Anzügliches zu sagen. Du musst dich entscheiden, entweder ich oder die Pornos. Ich will deinen Haken und pulsieren, denn... Geht es Ihnen gut? Wollte nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Was? Nein, 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 nein. Ich muss so meditiere. Hallo. Warte, warum siehst du so gut aus? Ich habe jemanden kennengelernt. Also habe ich mir eine Sex-To-Do-Liste gemacht. Beste Trennung aller Zeiten. Oh Gott. Eine kurze Frage. Machen Sie Pilates oder so? Oh, wow. Weißt du was? Du hast wirklich ein neues Leben begonnen. Willst du tanzen? Findest du nicht, dass er nicht ganz bei einer Liga ist? Du hast nur Angst davor, dich wieder aufs Pferd zu schwingen. Das ist wie Fahrradfahren. Oder vielleicht Fallschirmspringen. Das ist, als wären wir ein Ghost. Und du wärst bei Patrick Swayze. Okay, erzähl mir alles, was ich über dich wissen muss. Sicher, dass du das wissen willst? Ja, du hast recht. Könnte das Ende von etwas Gutem sein, bevor es anfängt. Oder der Start von etwas Gutem, das niemals endet. Das ist kitschig. Ich will nur herausfinden, ob das funktioniert. Eigentlich sehr. Habe ich das gerade drauf. Was meinen Sie damit? Los, ich glaube nicht, dass man sich Erektionscreme auf die Lippen schmieren sollte.